Ardha Bhada Padmasana ist der halbe gebundene Lotus. Felix zeigt, wie es geht. Zunächst komme zum Lotus, kreuze die Beine übereinander, gib die Füße auf die Oberschenkel. Dann gib einen Arm nach hinten und fasse mit dieser Hand an den Fuß, der jetzt dagegen überliegt. Und die andere Hand gib an das Knie. Du kannst erst den Fuß sehr kräftig fassen und dann kannst du natürlich, um dorthin fassen zu können, erst den Oberkörper nach innen drehen, dann geht es etwas leichter. Um dann die gebundene Lotus-Flexibilität entwickeln zu können, drehst du dann den Oberkörper nach außen. Und das ist so eine Weise, wie du langsam die Flexibilität in der Schulter und im Fuß erreichst, damit du irgendwann den vollen gebundenen Lotus erreichen kannst. Ardha Bhada Padmasana, also eine schöne Vorübung für den vollen gebundenen Lotus, für Purna Bhada Padmasana.